hey freunde bevor das video startet möchte ich noch ein paar worte an euch richten und zwar im nachfolgenden video kommt ein schöner musiktitel von der copyright sound ich möchte auch euch vielleicht dazu animieren das genauso nachzumachen schaut bei euch in der nähe nach also in der nähe schaut wen kennt ihr an youtube und pyro mäßig die ihr kennt versucht es so nachzumachen zeigt den leuten mal dass wir eine große range haben sozusagen wir haben nicht nur self-made bauer wir haben nicht nur vorstellungs kanäle wir haben auch unterhaltungskanäle wir haben rapper wir haben auch kanäle die reisend machen und das feuerwerk feeling ein bisschen näher bringen und ich finde jeder hat eine berechtigung in der szene ob das jetzt wie sagt diese self mit bau sind oder nicht die andere sache ist ihr müsst nicht alles für gut heißen das würde ich damit gar nicht sagen ich heiße auch nicht alles für gut aber solange ihr mit euch im reinen seit es ist euch doch ganz egal was andere machen oder also ich würde nicht sagen mir geht das vorbei aber so ist es nun mal die leute machen trotzdem super content kann man nicht anders sagen und sie gehören einfach zu uns denn wir dürfen nicht vergessen feuerwerk ist für jeden und was wir mit dem vollwert machen bleibt uns überlassen ich finde es schön anzusehen wenn jemand sich mühe macht und seine sachen selbst baut sozusagen aber ich würde es nie persönlich selber machen ja das sind immer so kleine sachen ob man jetzt im gesetz bleibt oder nicht auf jeden fall und müssen wir mal darauf achten nicht immer gegeneinander zu schießen sondern vielleicht mal was miteinander zu machen und dieses kleine video soll ich mal dazu den anreiz geben es vielleicht genauso zu machen wie ich schaut wen kennt ihr einen kleinen youtuber und einen großen youtube und schreibt sie ruhig mal an fragt ob diese youtuber mitmachen bei diesem kleinen zusammenschnitt sozusagen mehr ist es ja im grunde noch nicht alle kanäle die im video drin vorkommen sind natürlich auch unten verlinkt ich würde mich freuen wenn ihr überall bei jedem mal vorbeischaut lasst mal ein gruß da ein like oder sonst was macht euch mal bemerkbar und einige kanäle sind natürlich nicht im video drin ich kann nicht alle dran nehmen wir sind begrenzt auf knappe vier minuten und ich habe meine persönliche auswahl alle die ich kenne und die ich seit klein auf verfolge mal angeschrieben einige haben sich gemeldet andere haben sich nicht gemeldet andere wollten nicht mehr mit ins video auch das respektieren wir wenn jemand nicht rein möchte und ja wie gesagt schaut euch an ich hoffe es gefällt euch lasst doch ruhig mal kommentar da wie ihr die aktuelle situation seht vor allen dingen mit gegeneinander schießen sponsoring dieses co2 feuerwerk drama feinstaub habt ihr nicht gesehen ich denke mal es wird zeit dass wir zusammenhalten und dass wir uns mal ein bisschen bemerkbar machen und ich wünsche euch allen viel spaß bei diesem nachfolgende video ich wünsche euch einen schönen ersten advent macht's gut und haut rein ich bin ich bin From town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight Bald ist es so weit, bald ist wieder Silvester, hast eigentlich schon alles, noch bestellst Noch was extra, der Sound wird noch besser Die Lichter, noch wetter Auf jeden Fall wird es mit Sicherheit nicht schlechter Bald ist es so weit, bald ist wieder Silvester, hast eigentlich schon alles, noch bestellst Noch was extra, der Sound wird noch besser Die Lichter, noch wetter Auf jeden Fall wird es mit Sicherheit nicht schlechter Funken im Blut, wird Pyro, Herzen, Level 100 schlagen Pyros auf die Straßen, das sind unsere Tage Bang, Feuerzeuge an Silvester Zeit, Schwarzpulver, Knall Straßen voll Eis Funken im Blut, wird Pyro, Herzen, Level 100 schlagen Pyros auf die Straßen, das sind unsere Tage Lieferwagen steht vor der Einfahrt Heiße Ware, können sie das hier unterschreiben? Keine Frage, und was haben sie damit vor? Fragt er noch, als er losfährt Bruder, bald ist Silvester Was ist daran los? Musik Simon, I've been all around the world Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul